toka toast like and subscribe thank you please check out our shop for the official toka toast merch guten morgen papa guten morgen mama ja was siehst du denn für ein langes gesicht wieso schaust du so traurig aus ist was passiert naja mama hat gestern ich meine ich und mama hatten gestern so viel spaß und deshalb bin ich erst so spät ins beck gegangen und bin jetzt bisschen müde oh das macht mich so glücklich dass du eine tolle zeit mit deiner mama hat es komm setz dich hin ich habe dein lieblings frühstück gemacht und danach gehen wir ein bisschen shoppen oh papa ich liebe döner kebab zum frühstück dankeschön und natürlich dürfen wir ahornsirup auf deinem döner kebab nicht vergessen das ist das beste okay ich glaube noch ein bisschen mehr ja das ist richtig schatz was willst du zum essen soll ich dir auch döner kebab machen wie bei der katie als ob ich so viel essen kann im vergleich zur katie ist meine figur wie das von einem model ich muss auf meine figur achten kann ich wie ein schwein essen willst du etwa katie beleidigen sie ist normal für ein mädchen ihres alters natürlich würde ich meine wunderschöne schlanke tochter niemals beleidigen nachdem sie 20 dünne kebab zum frühstück ist schatz langsam halte ich dich nicht mehr aus seit der geburt von katie verhaltest du dich wie ein kind deine tochter braucht eine mama und keine die sich auffühlt wie ein kind also hör auf damit okay dann habe ich mal gesagt was mir auf dem herzen lag und jetzt werden wir alle frühstücken in ruhe okay also bei mir gibt es cornflakes mit ketchup zum frühstück das ist einfach das beste gericht dankeschön papa das war so lecker ich liebe wie du kochst oh das freut mich mein schatz okay ich bin jetzt auch schon fertig mit essen ich dachte an meinem freien tag gehen wir bisschen shoppen du brauchst auch neue kleidung oder was sagst du dazu ja das ist eine tolle idee super schatz magst du vielleicht mit uns mitgehen das wird sicher spaß nein danke ich werde bisschen roblox spielen und bisschen naruto zocken okay wenn man sie nicht will dann kann man sie natürlich auch nicht zwingen komm lass uns gehen ich muss noch schnell meine geldtasche holen wo war sie nochmal ah ja hier ist sie lass uns zu gucci gehen ich glaube die haben gute kindersachen warte mal ist das nicht katie mit ihr sollten wir eh noch abrechnen nach dem was sie uns letztens angetan hat sie hat uns einfach bei der direktorin verpetzt ja lass uns gehen oh schau mal schatz das passt dir so gut da gibt es sogar ein riesiges tomatenkissen also das werde ich dir auf jeden fall kaufen und falls du noch irgendwas in diesem geschäft sie ist was dir gefällt dann gib mir bescheid und ich kaufe es dir dankeschön papa kein problem alles für dich so peinlich wer geht schon mit seinem vater einkaufen sie muss ja mit ihrem vater einkaufen gehen sie hat ja keine freunde oh mein gott du hast so recht so peinlich zum glück habe ich mein handy da wir müssen ein paar fotos machen komm lass uns gehen oh mein gott lara schau mal von hinten schaut sie aus wie ein mann ja was miteinander wie kann ich euch wieder helfen wir würden gerne die riesige tomate kaufen oh mein gott da ist der mann mit der pistole hände hoch sonst knallt es und jetzt gib mir alle euer geld sie können alle mein geld haben aber bitte tun sie meiner tochter nicht ich sag dir doch gib mir euer geld keine sorge ich werde uns beschützen hör auf das ist gefährlich bitte vertrau mir ach wie rührselig aber könnt ihr das irgendwo anders machen ich würde gerne diesen nahen aus raum was fällt dir ein unschuldige menschen hier zu bedroht oh mama oh gott ich habe es ja wirklich geschafft kann bitte jemand die polizei rufen oh mein gott lilo schau mal katie schaut aus wie der hulk schau mal ihre muskeln an wenn ihr nicht die polizei ruft dann muss ich das leider machen katie wo bist du katie kommt zurück du kleine gehörig lass meine tochter in ruhe das ist einfach viel zu los ich bin so froh dass ich gekommen bin katies vater kämpft wie ein mädchen was sind denn das für geräusche was ist bitte passiert wir haben geschreie in diesem geschäft gehört bitte sie müssen meine tochter retten sie wurde entführt von einem verbrecher was wirklich keine sorge wir werden uns darum kümmern aber viel wichtiger was geht denn hier vor sich wisst ihr eigentlich dass ihr minderjährig seid und ihr eure gesundheit zerstört damit ich flehe sie an bis sie sagen sie meiner mama nicht bitte das hättet ihr euch früher überlegen sollen jetzt kommt ihr aber mit mir mit aufs ruhe nein bitte nicht tut mir so leid dass wir ihre tochter noch nicht gefunden haben vielleicht können sie sie ihr selber suchen gehen denn ich habe gerade voll durchfall ich muss ihn irgendwie weglocken vom papa kommen fang mich doch bleib stehen du giftzwerg du rennst langsamer wie mein opa das nimmst du zurück oh nein ich bin müde geworden würde mich doch nur jemand einfangen ha 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 ich wusste doch dass ich schneller bin wie dein opa und eingefangen habe ich dich au du bist so langsam oh nein der böse mann hat mich gefangen und tschüss helikopter helikopter und tschüss ich will zu meiner mama helikopter helikopter mach dass es aufhört das ist doch der verbrecher nachdem wir gesucht haben was macht der dann hier dann hatten wir aber wirklich glück wir sind so gute polizisten wir haben den verbrecher gefangen und rein mit dir in die zelle bitte 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 gibt ihn nicht in die gleiche zelle wie meine mama das ist alles nur katie ist schuld die kann was erleben das ist von niemandem die schuld nur von dir selber katie da bist du ja bist du verletzt ist alles cool ich habe mir solche sorgen gemacht entschuldigung papa dass du dir sorgen gemacht hast bei mir ist alles gut da 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 ist ja endlich das mädchen mit der außergewöhnlichen kraft kann immer noch nicht glauben was ich gerade gefilmt habe ein mädchen erledigt eigenhändig ein verbrecher sie müssen der vater sein was ist ihre meinung zu ihrer tochter ich bin natürlich mega stolz auf meine tochter ich finde es so toll dass sie so stark ist und sich selber wehren kann vor allem gegen einen verbrecher oh papa ihr beide seid so toll dass wir direkt in die zeitung kommen warte hat er gesagt dass es in die zeitung kommen wird jeder muss doch wissen wie toll und stark meine tochter ist komm lass uns nach hause gehen wir sind wieder zu hause und du kannst dir nicht vorstellen was heute passiert ist unsere tochter hat einen verbrecher verprügelt was hat sie getan hat das irgendjemand von unseren nachbarn gesehen alle werden mich auslachen wegen hier aber solltest du nicht stolz sein sie hat mich beschützt wer weiß was heute passiert wäre ohne sie ach so nein ich meinte das natürlich nicht so ich habe mir nur sorgen gemacht um unsere tochter ich meine auch wenn ihr körper ausschaut wie ein kühlschrank dick breit und viereckig kann ihr ja trotzdem was passieren deshalb habe ich mich so aufgeregt also ich bin richtig stolz auf dich katie ich bin natürlich auch mega stolz auf meine tochter katie also katie geht ins bett ich will dich nicht mehr sehen ich meine du musst sicher müde sein ja okay mama ich bin so verwirrt papa sagt immer sei so wie du bist und mama sagt ich soll meine kräfte verstecken was soll ich nur tun was ist los war das etwa mama 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 ist alles gut was ist passiert du bist in der zeitung ich kann es einfach nicht glauben wieso hörst du nie auf mich wieso bringst du schande über diese familie ich kann es jetzt schon hören wie all meine freunde sagen dass meine tochter wieder unglaubliche hulk ist aber mama mir gefällt es dass ich stark bin immer wenn ich dich angreife ekele ich mich dein ganzer körper ist voller muskeln hier als strafe wirst du das essen und das wird dir gut tun du musst ein bisschen abnehmen und du musst auch nicht immer denken dass dein vater dich beschützen wird weil dein vater ist heute bei der arbeit das ist meine letzte warnung hast du mich gehört nun ist mir der appetit vergangen lieber esse ich gar nichts bevor ich das esse wieso muss meine mama immer so gemein sein naja ist ja egal was hatten wir noch mal in der ersten stunde eier genau kunst hier sind aber schon viele schüler da was ist denn das wer war das wer hat das gemacht das bin doch nicht ich da hat jemand photoshop verwendet wieso macht ihr so was ihr seid so gemein ich habe euch nie was böses getan was meinst du wir sind doch nur nett so wie du ausschaust das gehört doch in die kunstklasse ja katie dein ganzer körper ist einfach nur kunst bitte hört auf damit das ist nicht mehr lustig ich werde das jetzt wegwerfen wieso macht man so was 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 geht denn hier vor sich wer war das wer hat das gemacht oh gott wie lustig der hässlichste junge der schule kommt dem hässlichsten mädchen der schule helfen ihr seid einfach so oberflächlich ich pack das gar nicht wir haben euch eure eltern bitte erzogen das was ihr macht ist einfach nicht okay und ich werde es auch der direktorin melden habt ihr mich verstanden was ist denn das für ein lärm was sind denn das für zeichnungen ist es etwa katie ja kannst du mir bitte helfen die plakate zu entfernen das wäre echt nett sind die rellas kleine helfer sind da was ist einfach euer problem man also lilo und lara dieses mal seid sogar ihr zu weit gegangen wieso hilft ihr kian schon wieder also lilo und lara diesmal seid sogar ihr zu weit gegangen dass ihr einfach katies gesicht nehmt und rein photoshopped in hulk von dc comics das werde ich euch nicht verzeihen also ich weiß ich will ihr abends auch schlafen können weg mit dieser zeichnung und auch zum nächsten bild und schick ist so blöd oh man die dankeschön ist alles okay bei dir katie oh wie rührselig dieses mal bist sogar du zu weit gegangen komm katie lass uns gehen okay katie es tut uns so leid was sie gemacht haben ähm katie ist wirklich alles okay es war ja nicht eure schuld ihr müsst euch nicht entschuldigen oh man ich muss schon zum unterricht magst du nach dem unterricht auf mich warten ja mach ich okay bis später komm ich war ich weiß jetzt wohin wir hingehen das wird ich sicher aufweiter aber wohin denn und hier sind wir schon kommt mit mir mit der platz wird dir sicher gut gefallen das ist der platz an dem ich immer herkomme wenn es mir nicht gut geht wow der ausblick ist ja fantastisch ich sehe ganz deutschland genau wegen dem ausblick komme ich auch immer her ah und mein name ist kian oh kian ist echt ein schöner name mein name ist katie oh ich mag den namen schau mal das ist auch für dich schokolade heitert dir auf mensch kian du ist einfach viel zu lieb dankeschön ich glaube die schokolade hat dir gut geschmeckt ich kann dir einen separaten schlüssel geben immer wenn du traurig bist kannst du gerne wieder hier her kommen wenn es dich aufheitert nur wenn du willst natürlich oh mein gott ja das wäre es so toll und dann kann ich sogar eines tages meine beste freundin die vorbeibringen sie wird den ausblick lieben ah ehm mandy ist glaube ich das mädchen das neben dir sitzt oder sorry ich bin so schlecht mit namen ach so ich bin auch so vergesslich und ja mandy ist die wo neben mir sitzt warte mal apropos mandy sie muss auf mich warten ich muss los dankeschön nochmal für heute du hast mich voll aufgeheitert kein problem ähm ciao oh sorry katie musstest du denn lange auf mich warten nein überhaupt nicht ich habe nur vier stunden gewartet ah dann geht es ja eh noch sag mal ähm hast du lust bisschen zu mir zu kommen meine mama hat gesagt ich soll dich einladen ja wir ja das wäre voll toll dann lass uns gehen so da wohnen wir mama ich bin zu hause oh ähm kurzen moment ich bin gleich da jetzt geht es mir schon viel besser kommt rein kinder oh mama wieso stinkt es hier so was sind deine maniere mandy mein name ist katie oh hallo katie schön dich kennenzulernen ihr müsst sicher einen hunger haben komm setzt euch beide hin ich werde euch jetzt das leckeres zum essen machen habt ihr überhaupt hunger oh ja ich habe voll den hunger ich habe seit dem morgen nichts mehr gegessen was so lange hast du nichts mehr gegessen ach du arme was ist das nicht normal so wenig zu essen meine mama hat gesagt ich bin zu dick was herrje was hast du für eine mama keine sorge ich mache dir mein spezialgericht hündchen du musst mehr essen du schaust so mager aus du bist überhaupt nicht dick ich weiß nicht vielleicht braucht deine mama eine brille das schaut so lecker aus mama du bist die beste köchin ja mein schatz ein thunfisch sandwich das schaut so lecker aus mama und für dich gibt es noch ein hühnchen sandwich falls du noch hunger hast gib bescheid weil bei mir wird keiner hungrig nach hause gehen ach die arme kann eine mutter sowas zu ihrem eigenen kind sagen malzeit katie mama das ist so gut das riecht schon so lecker das ist so lecker oh gott tschuldigung das das war wirklich nicht mit absicht ich kann es bezahlen um himmels willen katie komm her geht es dir gut hast du dir wehgetan nein aber was ist mit dem teller den teller kann man nachkaufen das ist nicht wichtig solange du dir nicht wehgetan hast wie wärs wenn ihr ins zimmer spielen geht dann kann ich die scherben wegräumen okay okay macht ihr wirklich keine sorgen um den teller komm katie lass uns gehen ich zeig dir mein zimmer und da gibt es etwas was ich dich fragen muss kommit kommit willkommen in meinem reich ich hoffe dir gefällt mein zimmer okay und jetzt zur frage sag mal katie ähm gibt es eigentlich einen jungen den du toll findest in unserer klasse oder in den du verliebt bist ähm nein bestimmt nicht ach so das dachte ich mir auch schon also ich muss sagen für mich gibt es nur einen typen einen jungen und der ist so süß der name ist kian der mit den roten haaren eines tages auf dem weg nach hause hatte ich keinen schirm und es hat total stark geregnet und hat mir dann seinen schirm ausgebockt und seit dem moment habe ich mich in ihn verliebt warte mal meinst du den kian der mich heute auch beschützt hat ja genau der ist nicht einfach super toll ja voll also ich finde kian wirklich nett warte mal du würdest mir kian noch niemals ausspannen oder du weißt doch er gehört mir ach so nein natürlich nicht ich finde nur nett da bin ich aber erleichtert ich hatte schon angst dass du auch gefühle für ihn hast ach so nein macht ihr da keine sorgen oh es ist schon so spät ich muss nach hause warte ich begleite dich raus dann okay danke man ich hatte heute so einen tollen tag und man dies mama ist einfach so lieb ich frage mich wieso meine mama nicht so sein kann wie man dies mama hallo toasties ich hoffe euch hat die story gefallen und dass ich euch natürlich bei der nächsten episode wieder sehe und jetzt grüßen wir die super fans ganz liebe grüße an enzo sushi angelica die liane it's nikki nativa und misi kinder dankeschön für euren support und dann will ich mich noch bei nancy bedanken dankeschön für deinen unglaublich lieben kommentar und nur scharabati dankeschön dass du uns subscribed hast und nilo dankeschön für den daumen nach oben und falls ihr auch erwähnt werden wollt denn hin hinterlässt einfach einen lieben kommentar kommentiert like dieses video und subscribe nicht vergessen und mit etwas glück seid ihr im nächsten video dabei tschüss toasties to